Mit Musik kenne ich mich aus. Die Musiklehre für Kinder. Hier erfährst du alles über Noten und Pausen, Intervalle, Rhythmen, Tonleitern und vieles mehr. Es gibt Übungen zum Mitmachen, Lieder zum Mitsingen, lustige Illustrationen und zahlreiche Arbeitsblätter. Musiklehre für Kinder. Jetzt als Videokurs und Arbeitshilft bei Shot Music. Musiklehre für Kinder.